Gut, ich warte dann einfach hier kurz unten auf dich, ne? Okay. So, dann jetzt, äh, zack. Auf zum nächsten. Hier ist niemand, ne? Gut, einfach geradeaus jetzt. Alles geradeaus, mit Rennen. Nicht sprinten, nicht sprinten. Du sprintest. Echt? Nee. Ja. Das glaube ich jetzt. Hör mal auf, bitte. Das sieht übel essen. Ist aber schneller. Ja, es zieht aber mega essen. Ich hab doch fünf essen geholt extra noch dafür. Alter, die Lopez ist aber geil, ne? Die zielt auch total gut, Alter. Der, der Scope. Alter, zwei Golems. Nee, lass mal hier runtergehen, Alter. Wir können rechts am Zug vorbeilaufen, wenn wir rennen. Alter, wenn wir uns sehen, flippt ich aus. Nee, nee, ich hatte das letztes Mal auch. Na, am Zug vorbeigelaufen hat niemand, niemand gesehen. Alter, ich warne dich, ne? Wenn die dich angreifen, ich helfe dir nicht. Bolladi weg. Ich habe auch zur Not Granaten. Die würde ich dann auch schmeißen. Ich habe Pheromone. Ja, dann schmeißt du die Pheromone, da latschen die alle hin und dann eine Granate rein. Perfekt. Sollen wir echt testen? Nee. Ich weiß nicht, ob das bei den Golems zieht. Ich habe Bock, das zu testen, ey. Bei den behinderten Hunden sicherlich, aber nicht bei einem Golem. Zwei Golems, ne? Wieso? Hm. Alter, nee, ich gehe von der Straße runter, Alter. Ich bin behindert. Da oben Haus, können wir mal gucken, ob wir vielleicht was finden. Hm. Also der eine Golem ist da echt fast auf dich geballert, hey. Ich dachte gerade, wenn er dieses Schlüttler hätte geschlagen, so. Oh, hier können wir claimen. Hä, was? Das müssen wir da einfach nur hier stehen. Ja. Wollen wir das machen? Wir müssen ja auch dumm rumstehen. Besser nicht, ob das was bringt. Wir kriegen dann Boni. Wenn wir hier was killen, oder wie? Nee, wenn wir hier chillen, dann. Also wenn wir das einnehmen, kriegen wir dann Boni. Also Boni halt, heißt ja so. Also wir nehmen das quasi für unseren Tribe jetzt ein, oder? Ja, für unseren Tribe nehmen wir das ein, weil wir geil sind. Geil, ja, Mann. Der Head von... Was? Was? Ja, ich dachte gerade... Oh, Alter! Oh! Hier liegt eine Uzi. Ja? Ja, Mann, nice. Okay, ich gehe gerade oben lang. Mit 16 Schuss? Hier war einer. Ich hoffe mal, dass der nicht mehr da ist. Ich bin nämlich gerade oben. Alter, hä? Kommst du da hin? Ah, okay. Warte, ich komme mit, ich komme mit. Na, hier ist noch keiner bis jetzt. Alter, hier ist die... Yeah. Liegt noch eine Uzi? Ich schlipp aus. Die Cangun ist hier gewesen. Ich habe die Cangun. Komm her, Nico. Komm her. Warte, ich unlocke gerade noch was. Ich kann sie halt leider nicht aufheben. Ich habe wieder, äh... Stuff. Äh, ich hebe gerade noch Ammo auf. Hast du nicht? Flare. Granaten und Stuff. Will ich aber nicht. Flashbang. Ist okay, wenn wir noch... Flavor Pheromone. Ah, du battlest gerade. Komm jetzt runter, du. Alter, das sieht... Alter, Warte. Ne, da muss ich ein Screenshot machen. Das sieht sowas von The Last of Us aus hier. Ne, weil das sieht nicht Endlaser aus. Das sieht einfach The Last of Us aus. Weißt du, was ich hier oben gefunden habe? Äh, kann ich das ganze Interface irgendwie ausblenden? Ne, kannst du nicht. Ich habe die geilste Waffe ever gefunden. Ich habe die, ähm... Den gefunden. Ah, fick. Hier ist eine Ratte. Willst du die Uzi haben, oder wie sieht es aus? Ähm, ich habe die Cangun gefunden. Das ist die Nagelpistole. Ach, ist sie das? Ja. Ah, jetzt keine Muni. Ich komme gerade auf dich zu. Hier ist ein Päckchen. Ja. Gut, dann hebt die Uzi hier mal auf. Shotgun Frame. Wie liegt hier Shotgun Frame? Ich kann nix, ähm, ich kann nix aufnehmen. Alter, scheißer. Jetzt ist sie weg. Okay. Dann hat sich das ja erledigt. Wir sind so beladen, Junge. Ohne Scheiß. Komm, wir haben es auch gleich eingenommen hier. Ja, ich habe, ähm, hier Sachen gelegt. Ey, das sieht mega nice hier unten aus. Was, äh, siehst du mein Helm? Nee, leider nicht. Schade, Alter. Ich habe einen Halo-Helm. Geil. Das richtigen Halo, Halo-Helm. Komm, jetzt haben wir das gleich, äh, hier eingebaut. Oben hast du alles gelootet, ja? Oben ist nix mehr, also soweit ich weiß. Also man könnte noch ins Haus reingehen, aber ich weiß nicht, ob man da, ob der einzelnen Stockwerk hat was hat. Also ich finde, das sieht total schön hier aus. Ja, die einzelnen Stockwerk gibt's echt. Alter, lass zurückgehen. Haus. Wo? Hier lang. Geil. Jetzt haben wir es eingenommen. Ja. Und? Was man sieht jetzt? Clamed by, contested by Sota. Jetzt müssen wir wirklich 100% noch erreichen. Ah. Ja, mach mal. Aber stand halt jetzt da, dass die das Territory hier ver, äh, gelostet haben. Ja, hier ist die Ruzi. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen, falls hier welche herkommen. Das kann nämlich ganz gut sein. Ja, kann halt echt sein. Hier liegt noch Stuff. Kein Bock auf Spieler. Naja, wir sehen die früher. Soll ich mal ne Frag Grenade hier runterwerfen? Äh, brauchst du... Das für fun. Soll ich mal... Alter, dieses Haus, ne? Dieses Haus, alter. Du kannst in jedem Stockwerk, kannst du reingehen und gucken, ob du was findest. Ja, ja. Hier wieder Salz gefunden. Mal, ob es zu lang? Ich geh mal... Ah, hier. Hallo? Zigaretten gefunden. Äh, hast du Platz für Salz? Nee, ich hab echt kaum noch Platz eigentlich. Ja, ich hab auch keinen Platz mehr. Ich bin vom... Vom Gewicht her schon drüber. Platz hab ich eigentlich noch genug, aber ich hab halt zu viel Gewicht. Irgendwie sind dumm. Nein, schade. Nicht bei uns halt. Ah, bist du blöd, Alter. Ist voll vorbei. Muni! Und hier ist... Stuff too heavy. Kann ich ihn wegwerfen? Ich hätt die Pistole hier... Ah, mal komm. Die Cangun hat halt keine Muni gerade, glaub ich. Eine Muni hat die. Wollen wir hier mal chillen? Ich glaub ich mach die echt weg. Unload. Na komm, drop. Warte mal, ich werf jetzt hier mal ne Frag Grenade runter, okay? Erschreck nicht. Aber ich will das mal sehen, kurz. Alter, wenn die hier... gleich reinfällt. LOL, die liegt hier! Renn weg! Aua, fuck! Bist du ein Vollmongo? Ich bin so behindert. Bist du ein Vollmongo? Alter, mich hat's fast voll entschärft. Ich hab noch 266 Leben. Shotgun Frame. Fuck! Leute, jetzt wisst ihr, wieso ich gern mit Kubi spiele. Weil es einfach... Da hast du... Da hast du... Obwohl niemand da ist. Ach, du nimmst doch auf! Machst du nicht, nee. Machst du... Ähm, da hast du einfach... Obwohl niemand da ist, hast du den... Hast du den Schock deines Lebens. Aber scheiße... Warte mal, ich hab jetzt nur diese Wasserflasche, ne? Hast du irgendwie was? Ja, ich hab Essen noch. Alter, wir klitschen hier vor rum, das ist saugefällig. Geh mal wieder rein. Ja, hast du kein Essen mehr, oder wie? Naja, halt nur diese Wasserflasche. Und ich hab... Ich hab noch drei Essen. Dann gib mal kurz. Droppen. Nimm dir einfach eins und gehst dann zurück. Ich kann dir nicht... Ich kann dir nur einmal alle geben. Ja, das ist halt die Scheiße, ne? Ich werfe jetzt Neverfall-Romone rein. Weißt du, eigentlich wollten wir halt zum Riverside Outpost, aber schon okay. Ja, nee, lass dir halt mal kurz warten, um das einzunehmen. Wenn wir da wirklich irgendwie was bekommen... Ja, gut, dann chillen wir noch ne Runde. Wir chillen und gucken halt runter. Ja, genau. Dann lass mal den... Guck mal, wenn wir ne Sniper hätten, wir könnten die beiden Golema da so weg... Ja, ich hab ne Goat Barrel gefunden. Das ist dieses Teil, dieses Doppelfernrohr, das man immer braucht, um irgendwelche Sachen zu craften. Das man nie findet. Äh, da ist ein Fliegevieh. Ja, aber das macht uns nix. Ja, nur... Ich lass dir wieder ne Granate wirfst und es dann ankommt. Ich kann jetzt das voll abballern mit dem Zielding. Ich guck, ich ziel zu dem, ähm... Alter, guck mal zu den, ähm... Zu den Tanks. Ganz kurz. Guck mal zu denen. Ja, was ist da? Da sind drei Viecher. Ja. Ein Hopper, zwei Tanks. Ja. Scheiße. Aber wir stehen hier nicht gut, gell? Wenn ein Sniper mal irgendwie grad gut drauf ist, dann geht uns beiden in den Headshot. Lass mal lieber reingehen. Ja. Sicherer. Weil ich hab keinen Bock, jetzt hier weg zu sein. Ich geh mal kurz noch eins, aber eins höher geht nicht. So kacke deprimierend. Hm. Ich nehm jetzt richtig dick ein, Alter. Das ist voll das geile Haus hier, das sieht so... Das ist, Alter, das ist so krank. Weißt du, wenn du hier, wenn du hier kein Stuff hast, ne, gehst du hier einmal ins Haus rein, einmal in alle Etagen, dann hast du, hast du voll. Und das Ding ist, jede Etage. Es sieht so geil aus, Alter. Jede Etage kannst du looten. Das Weltdesign ist so mega nice. Hier ist immer noch Salz. Guck mal, wenn du das mal mit DayZ vergleichst oder so, also DayZ ist ja wirklich mega hässlich. Ja, ich find, DayZ hat, ähm, ist natürlich ein Ticken weniger verpackt noch, muss man schon sagen. Na, das hier ist ja auch noch early access mehr oder weniger. Ja. Das hier ist schon ewig draußen und hat so unglaublich viele Glitches, das kannst du nicht ordentlich spielen, einfach. Ähm, hier sind... Oh, pass auf, wegen dem Fliegevieh. Ja, das sieht mich nicht. Hier ist noch Stuff, den wir vielleicht nehmen sollten. Hier ist noch ne Uzi. Ich will die nicht hier lassen, die ganzen Teile. Ja, gell, das tut einem richtig im Herzen weh. Wollen wir das Päckchen echt da hinschleppen? Ja, das bringt richtig Cash, Alter. Wir werden mal gucken müssen, wie viel. 400 Cash oder so. Oh, Alter, jetzt bin ich hier rausgeglitcht. Ich wär fast verreckt. Wie viel Leben machst du noch? Ah. Also hast du kein Leben? Also ich wär fast runtergefallen. Okay. Guck mal, ihr krabbelt ne Ratte in der Luft. Standard. Die fliegen bei mir auch immer in der Gegend rum. Ja. Squad Mission Available. Okay, geh mal wieder runter langsam, ja. Ja, ich geh grad runter und guck grad. Äh, aber von der Seite hier kann ich irgendwie nicht, äh, nicht mehr reingehen. Das geht nur runter. Hm, ja, lass trotzdem runter. Ich mein, wir können hier bald weg und dann... Ja, stimmt auch wieder. Also sobald wir's eingenommen haben, zack, äh, zack, weg. Oh, fang ich dir aufs, aufs Fliegeviech zu. Bester Plan ever. Wo ist das? Auf der anderen Seite halt. Äh, nicht. Alter, wenn's gleich mir am Arsch klebt, ne, dann... Ne, ne. Ja, du weißt doch ungefähr, wo's stand. Ich gehöre zum Hauptplatzteil. Da, okay, ich seh's. Gerade am Zielen, falls einer kommt, ne. Gerade so mega, mega richtig Schiss. Mega richtig Schiss. Aber geil, Mann, ey, wir haben's gleich einfach eingenommen. Ist also geil, wenn in der, in der, in der Gegend, äh, also, jeder in der anderen Tribe wär und wir könnten's nicht, äh, einnehmen, weil da irgendwie ein Konflikt wär. Ja, na, deswegen hab ich noch gewartet mit dem Tribe, weil ich mir irgendwie denken konnte, dass du schon einen hast. Ja, ey, wenn nicht, weil ich rausgegangen war. Geht das? Okay, wir haben's. Ja, so gut wie. Ja, komm. Fünf, vier, drei, zwei, eins, unsers. Oh, was gibt's jetzt? Hm. Claim by Sota. Guck auf die Karte. Wow, cool, Nico. Und, was haben wir jetzt bekommen? Ich weiß es nicht, aber... Keine Ahnung halt. Ah, unser Leben regeneriert vielleicht schneller. Okay, dann lass mal weitergehen jetzt. Ah, bin ich mir natürlich nicht hier. Ja, wir müssen jetzt aber mal langlaufen, bis wir zu dem einen Outpost kommen. So, wo bist du? Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Outpost und danach ist dann aber mal auf. Ja, also ich bin schon wieder draußen eigentlich aus dem Gebiet. Ich warte hier. Ja, ich bin... Ich laufe aber gerade Richtung Outpost und müsste es mich dann sehen. Guck auf der Karte, wo ich langlaufe. Bin bei diesen Strom... Ah, da, ich seh dich. Ich bin rechts. Bin bei den Stromtürmen. Attack will happen. So, bin hinter dir. Er ist nicht immer für uns, diese Attacke. Lass mal bitte nicht so viel sprinten, ohne Witz. Das ist ein brennender Heli, der ist immer noch da. Dann ist ja alles beim Alten. Standard hier. Liegt hier was rum? Ähm, bringt eh nichts, das heißt, wir können nichts mehr mitnehmen. Aber vielleicht Medizin oder so, warte mal. Ah, Essen. Öffne hier mal kurz was. Oder Essen. Ach echt? Oder Gott, Amo. Ach, du kannst den öffnen? Den Heli nicht, aber hier lag eine Asche noch. Ah. Ja gut, wusste ich gar nicht. Ich hab da nichts gemacht, weil ich dachte, da wäre nichts. Ach, wir sind so krank equipped. Ja. Alter, wir müssen sowas von auf die Dächer achten. Wir sind hier so leichte Beute. Sobald du einen Schuss hörst, rennen in den Zickzack und springen von dem Ding hier runter. Ja. Aber hier ist nochmal niemand. Naja, ich wollte hier vorhin einen Wecksnack. Ja. Läuft. Ähm, hier links kann man auch gut looten, aber es bringt uns halt nichts. Ja, ne, lass echt mal jetzt. Naja, und warst du schon mal im Wasser? Verrreckst mega. Ja. Erstens ist so mega, es ist so verdammt laut. Ja. Und ähm. Verrreckst einfach damage. Bis zum geht nicht mehr. Nicht mehr schön. Voll behindert. Okay, ich würde aber sagen, wir laden jetzt noch zu den Dingen und dann hören wir echt auf. Ja, ja. Warte mal, ich kann mit meinen Leveln noch was machen. Alter. Ne, kann ich nicht. Du stehst hier mitten auf der Straße, bist du krank? Ne, kann ich nicht. Ja, läuft doch. Ja, läuft. YOLO, ne? Ich brauche 760 Leben, das geht noch. Naja, Headshot macht dich trotzdem gleich weg. Mach nur Critical Damage, wenn du es gelabelt hast. Ja, aber ein Sniper. Ja, kann sein, dass der zu viel Damage macht. Das kann natürlich hier schlimmeln. Aber ich bin auch so cool, weißt du. Ich sterbe halt von sowas nicht. Du schon. Ziel mal bitte. Ich will mal sehen, ob man das sieht. Ziel über? Ja, naja. Mehr oder weniger, ne? Ja, so halb, wa? Hm, scheiße. Guck mal, das ist die Brücke. Diese braune Kackbrücke da. Ah, der Kackstreifen. Ja, da lass du halt da drunter lang lang. Ja, da muss man übers Wasser noch noch gehen. So, wir links da drauf gehen. So, wir können das hinten lang. Weil da ist so ein kleiner Kackstreifen verbunden. Weißt du, ich mein, so relativ weit hin. Ja, wir könnten hier links auch einfach auf da drauf gehen. Hier ist es zum Looten übrigens. Ich bunnyhoppe dezent hin. Oh, dezent laggy. Ich bin grad in dem den dringend gestanden. Crowbar und Playing Cards. Ja, Mann, Playing Cards, Alter. Ja, die können wir gut verkaufen. Willst du auf die Straße hoch? Ich geh da hoch, ja. Okay, dann gehen wir hier an der Seite lang. Du kannst auch schwimmen. Der kann schwimmen? Dann verrückst du. Best Idee. Vorur aus, dass du mit Waffen erstmal schwimmen gehen. Pammtot. Ich bin ja auch schon aus der Map rausgeglitscht und so weiter, ne? Ja, ich bin auch schon auf First gepackt. Wie lange hast denn du schon gespielt? Achso, du hast ja in der Pre-Version. Dann hast du bestimmt viel gespielt, ne? Ja. Alter. Ich war's nicht. Hast du dir was gekillt? Ne, ich hab ein Ding geworfen. Achso. Einen geilen Giftkanister. Das sieht so geil aus. Ja, das sieht echt nice aus. Hast du auch Rendering of Founds und so ein Zeug? Ne, wollte ich gerade sagen. Würde ich aber jetzt auch hier nicht machen wollen, weil hier gibt es so viele Sniper-Spawns. Ja, da ist aber nie jemand. Also wir sind 20 Leute auf dem Server. Die, die, die schaust du, dass... Kannst du trotzdem nicht sicher gehen. Kannst du es ja nicht drauf verlassen. Die schaust du, dass der Sniper auf einmal da, dann, zu dem Moment dann da ist, wenn du kommst, ey, Ja, der kann doch hier auch drei Stunden campen, denkst du, das juckt den? Oh, weißt du, wie langweilig das ist. Dann muss dann in den fünf Minuten, oder zwei Minuten, die wir da laufen, muss der dann aktiv sein. Bis dein Hörser springt runter, zwei Stunden verrecken. Ja, da ist noch drei Stunden auf seinem Weg. Okay, warte, ich chill mich hier kurz in den Busch. Ja. Welchen Headshot kriege, bist du dran schuld? Ja, weil das von mir kommt. Gemacht? Ja, aber jetzt ist das laggy. Ja, ein wenig, ne? Mega Grad, warte. Ich mach mal View Distance auf zwei. Ich bin mal durch Steine durchgelaufen. In meinem Oberkörper. Ja, das geht noch. Ich mach, ich guck mal. Meines Settings. Audio Video, ne? Ja, ist auf vier. Echt? Ich hab alles auf Maximum geknallt. Hast du das andere aus, irgendwie noch? Ich hab alles auf Maximum geknallt. Okay, der läuft bei mir irgendwie da nicht. Ich muss bei mir immer den Sound aber neu einstellen. Bei dir auch? Ja, ja. Der ist immer auf acht bei mir. Oh, wir sind bald da! Die Beine in die Hand. Hier, siehst du diese Häuser hier? Was? Ja, da gibt's so ein massig Loot. Bei diesen Häusern hab ich zwei Watcher getötet. Was sind ein Watcher? Auch solche Bosse? Wenn du irgendwann mal so ne, ne, ne rotes, ein rotes, äh, ein Rotlicht siehst. Also nicht Blaulicht, sondern Rotlicht, dann ist das ein Watcher. Dann ist ein Viech, das, alter, alter, gib dir mal die Dinger da, was sind das für, 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 für Tore? Alter! Ja. Ja, Stonehenge ist das. Ja, aber geil, weil du weißt, in welchem Land wir sind. Ja, England. Ja, volle, volle Kanne. Sieht hier voll aus wie ein England. Am meisten, weil Stonehenge eigentlich so weit auseinander war. Komm, friss die Scheiße nicht rein. Bist du noch hinter mir? Ja. Ja. Dann ist schön. Boah, heute war so ein mega heißer Tag. Abnormal. Ja, ja. Wobei ich auch irgendwas plus 30 Grad oder sowas. Ja, 34. Ja, bei uns war 36 die Meldung, die höchste von irgendeinem Ding. Alter, zieh das hoch, haust da rechts rein. Ja, das ist ein zweier, ne? Das ist der, das ist der Outpost, übrigens. Also die Safe Zone. Ey, jetzt hat man weggesnipert, dann geht's uns nämlich so wie mir vorhin. Päckchen dabei, kurz vorm Outpost, beim Sniperer weg. Ich sehe aber niemanden. Das ist, äh, sehr schön. Ja, das siehst du auch nicht, wenn die da oben rumgammeln. Ach, auf den Dingern. Alter, da kommst du nicht hoch. Aber, können auch 50 Milliarden Meter weiter weg sein. Die schießen einmal über die ganze Map, Alter. Gleich bin ich sicher. Vielleicht deine Mom schießt du über die Map. Ja, Junge. Ich muss zu dem Green Trader. Ja, der ist da vorne. Pass auf, jetzt sind wir falsch. Jetzt haben wir die falschen Packchen. Das wäre so richtig gay. Richtig, richtig scheiße. Das wäre so fail, Alter. Da würde ich mir jetzt einen Headshot geben. Ja, ich würde dir auch einen Headshot geben. Nicht mir, sondern dir, weil du dann einfach dran schuld bist. Oh, der ist mal vorbeigelaufen. Alter. Boah, Alter. Mega-leggy. Was denn, R-E-P? Was? R-E-P, was ist das? Keine Ahnung. So, Account Level 8, Player Level 14. Oh, warte, 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 warte. Ich bin Level 21. Ich bin Übels Cash. Ich bin Level 21, wa? Ja, Mann. Bei mir geht es auch gar noch Übels hoch. Warte, ich kann dir gleich sagen, welches Player Level ich bin. War krank. Aber nice. Steht immer noch so. Ja, welches Player Level bist du? Boah, du, bei mir geht es gerade noch dauerhaft hoch. Ja, du kannst E drücken, dann siehst du es direkt. Ja. Ich suche diesen Order, damit ich da traden kann. 423. Alter. Ja, das ist gesehen, Alter, von 15 auf 23 oder 16 auf 23. Ja, total. Die Päckchen hier, die gehen so megamäßig ab. Ich kann wieder, äh, ich habe keine Schrotze zu craften. So, ich habe jetzt, äh, Stärke auf... Aber brauche ich nicht. Ich behalte die Waffe lieber. Jetzt habe ich mehr Platz im Inventar, das ist voll nice. Was hast du? Ich habe Stärke auf Maximal jetzt. Ja? Okay. Ähm. Wir sind under attack. Scheiße. Auslocken. Verpissen. Ja. Samstag. Wir stehen schon überall Viecherraum. Exit. Main Menu. Disconnecting. Scheiße. Alter, da sind wir aber gut gekommen, ne? Zack. Wuhu. Perfekt, Alter. Perfekt. Das ist so schlimm. Hast du gesehen, wie viele Viecher schon gespawnt sind? Letzte Sekunde. Alter. Ja, ich bin schon draußen. Ich auch. Zum Glück. Ah, das nächste Mal wieder zusammenzocken, oder? Kommen wir auf 3000 Geld oder sowas, dann machen wir nochmal so weiter. Ah, Delivery ist einfach krank. Weißt du, wenn du immer ein Hund hergehst bei diesen Outside-Dingern, das geht so megamäßig ab. Na ja, gut dann. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ja, dann tschüss. Tschüss.